ja und willkommen mein namen ist eine wlp und ich bin bettel mario maßdorf mir begrüßt euch zum mario party ja wir sind wir sind jetzt dabei und auf marius rainbow castle ein vorteil für mich so ich bin dran ja ich würfel eine art und jetzt geht es ab nach oben es ist hart so weit zu kommen und dann zu verlieren es ist meine schuld in diesen stellen was der stellen soll eine fälschung sein der ist nicht das ist er nicht erst echt er kostet sich 40 münzen also dann bis später ein echter z darf dankeschön wenn jetzt jemand den turm umstellt dann müsste ich denn eigentlich bekommen ja das ist gut noch mehr müssen wenn ich jetzt mal eine höhere zahl er wird egal wo lang ja es ist egal 1 2 3 4 1 2 3 4 5 7 8 dann kann sich mal den ersten stern ein sehr gut bei der rei ich habe genau 20 münzen was mache ich nur damit nein du hättest auf dein drücken müssen damit hättest du geworfen aber nächstes mal verdammt auf einem meer von wolken tro und diese burg ja ich habe schon was gekauft ich gehe mal dann ja und jetzt auch noch mal die münzen und noch mal drei es gibt es doch nicht nur noch bergauf von mir dann nein nicht schon wieder dreh sie waren sind mein arm macht das noch gar nicht mit ich kann ich gar nicht so schnell tippe ich auch nicht lang längst lang ja diesmal verlieren war glaube ich obwohl da verdammt neuer rekord aber das hat weh noch einmal zehn münzen ja die reichen werden reiche haben wir ein armer oder eine münze recht so ja ausgezeichnet dann schon wieder ein tanz den limbo mit mario ja mal sehen ob er überhaupt den limbo tanzen kann tanz den limbo unter den stangen hindurch ledig zurück und springe vorwärts den dual drückst man sieht aber das kann ja so grazios in der motiv auf ja das war sehr hypnotisch ist an dieser sicht ja aber er hat es geschafft ja aber nicht mal an der sich überhaupt nicht strecken er kann ja auch aber er hat es geschafft ganze masse nach hinten bewegt als ob sie gar nicht da wäre das höhere stern um gottes willen alle gegen dich röhren labyrinth ja dann versuchen wir dein glück warum kann ich so gut sein ich habe schon nicht draufgeguckt ich mache hier glaube ich nicht gut obwohl mario 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 nur eine zu frühmach ja so mein geld kein geld ab mir viel gelde lascet chains willkommen auf dem ausrufe zeigt welt möge das glück der auf diesem feld beistehen du kannst verschiedene ereignisse bewirken wenn du die blöcke stoppst wie glück als münchen jemand muss mit 30 mützen geben werden 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 ich habe keine die k irgendwie lustig gewesen wenn du mich genommen ja wie viele hat der hat dafür überhaupt noch okay kommt dann nehme ich da auch noch das restliche geld weg noch genauer oh mein gott du musst jetzt würfeln du musst eine runde aussetzen in dem pilz gewürfelt ist dann dürftest du doch mal würfeln ja ich bin schon gedacht aber auch den pilz irgendwie angebildet aber ja aber es kam nicht es kam nichts bei marius big band jetzt müssen wir darauf achten wer wer ist ich habe eine violine aber ja ich habe eine trompete sei mitglied der big band barium muss dirigieren hier die regierung mit dem control stick und spiele mit ein instrument bleibe dabei im rhythmus du hörst zunächst ein beispiel spiele die noten erst wenn wenn ihr einsatz angezeigt wird also bario dirigiert der hat oben links sein sein feld und wir haben unten halt unser feld gut dach wunderschön jemand kommt auf donkey kong geworden ja ich bin voll aus dem takt gekommen wird mir die ganzen hammer kong geworden aber jetzt nicht so schwierig okay jetzt habe ich mal wieder münzen kann zwar nichts in dieser runde mit denen anfangen aber das war schon wieder das gerade mal ein paar minzen ja die münzen bekommen ja und jetzt werden sie wieder abgenommen werden bekannter musiker wie kannst du sagen ich wagen du bist ein bekannter musiker das ist ja aber also nicht meine violinen gerade gehört ja man muss der abgemacht hat es ein boden spiel hey glücksspiel nintendo spielen gibt es noch nicht doch das gab es früher aber deswegen liebe kinder glücksspiel er ist schlecht macht es nicht miss 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 neben getroffen dass sie sich haben daneben getroffen nein ich das große münz prügeln war es klingt nicht für mich versuche die person im bowser kostet mit dem hammer zu schlagen sie muss von den anderen davon laufen spieler im bowser kostet kann die münzen die er verliert auch wieder einsammeln wir können doch über alles reden wenn man nein nein jetzt moment noch nichts bekommen wir haben 15 münzen geklaut ja auch wieder münzen haben in welchem sterne habe ich euch keine münzen haben will jetzt habe ich sogar zu wenig ich habe ja ich habe nichts ich wollte das war mein ziel gewesen doch ja aber jetzt gehe ich an den buch ja vorbei und player mit dem game kommt dann zu den platz dem platz bestimmt einer der coopers versteckt eine schatztruhe findet den cooper und schnappte die schatztruhe angreifen ich kann ja auch boxen ist auch deren schatz haben meine verbindung ist instabil es ist der hier ja das habe ich gewusst ich habe genau aufgepasst ja auch immer auch münzen nein meine du hast schon genug ich habe nichts ab habe ich mir hart und ehrlich verdient muss auch meine steuern mit moment mal du bist du bist doch der jahr steht der jeweils steuern zahlt ja hallo jetzt bin ich mal der einzige mit dem stern ja warum bist du der einzige mit dem stern ich verstehe es nicht gefällt mir nicht wenn ich gute arbeit ja münzen bitteschön da steht immer noch also kürzer ist der rechte weg und ich kann sowieso nichts weil ich bin schon münzen klauen aber jetzt keine münzen klauen du weißt dass du keine münzen hast ja ich krieg schon okay du hast drei münzen ich werde dich schon irgendwie zusammen ja irgendwie wer schaue wohnen insel schließen die kanonen zählen auf die insel diese wackelt und kippt mit den wellen versuche nicht herunter zu fallen wenn eine kanonen kugel die insel trifft siehst du sterne weiche den kugeln mit sprünken aus ja und versucht natürlich nicht ins wasser zu fallen peng peng warum hat pause jetzt hier so so ein bötchen hör auf hier überall wird rumzuspringen ich bin nur der einzige der münzen braucht mann was sie aber nicht verdient mann schon wieder ein rotes feld ich glaube auch nicht vorwärts ich denke mal wie man macht drei felder ist euch das ist die schaue lucky ja auch die piranha pflanzen die aus den röhren kommt jede getroffene pflanze bekommst du eine münze und die entfernte blumen kannst du mit einem weiten sprung reichen halte dazu gedrückt die dicke kohle ja schon auf die kohle wieder drin ja ausgezeichnet für kohle bekommst du hast fünf pflanzen verfehlt ich krieg die krise auch jetzt ein kubi bärchen noch nicht vielleicht doch noch nicht so viel gefreut das große chance noch mal mario mario 20 die ergebnisse wir bei der da jetzt nicht so viel unterschied gemacht ein einsatz das was ich will sie behalten ob es geballt so heißt ich habe gar nicht so genannt bei diesen zwei gegen zwei bombs geballen gewinnt wer zuerst punkte drücke und eben im sprung um zu werfen wir müssen wir werfen die bombe auf was da oben ja auf den kopf da oben wer fährt über die ball war über den ball ja aber ja es gibt nur eine bombe ja du kannst angreifen ja du dummer esel affe ich auch okay ja wenn wir ein team stimmt das geschieht der recht dass da wird jetzt auf dem letzten platz land ist wir sind so weit ich habe da gut geht nicht mehr auf rote felder das ist auch gut 1 2 3 4 5 7 8 9 10 ok du kannst da gar nicht reichen im nächsten zug aber trotzdem was gar nicht mehr leise eigentlich oben ist tot da wäre ich gesagt hat gedacht das war dieses turm änderungsringen aber egal oder dass du mal wenn wir spielen ok schon wieder erste felddeck was irgendwie so glücksgriffen kann sein das sind die münzen jetzt weiter offen also ich habe ja noch keinen das sind die münzen was sechs münzen plus kriegt zu viele münzen das gefällt mir nicht die handel selbst wenn du jetzt ein stern bekommst das ist immer noch meine münzen einholen aber jetzt ist bau da ja das ist aber schade die party machen können und so reale er darf auch mal in die pedal treten ja ihr macht ein fitness heute ja ob er überhaupt weiß dass ein geist hinter dem ist etwas sehr mächtig ja der beruf wird ihn einholen und hätte er sich einfach umgedreht dann hat man nie mehr von ihnen gehört nur fünf münzen minus ja wir sind so wenig meine hat schon so gut wie nicht man kann nicht genug verlieren außen bleiben er öffnet die tür und verhindere dass die stachel kupas den schlüssel bekommen hast du ihn mit b zu deinem partner was ist ein paar es ist ein leichter werden sich die stachel kupas nähern manchmal mit meinem partner wir alle wir spielen alles zusammen ein schlüssel aus mario 64 was macht der macht was das weg machen was ok er wird gut gemacht er war einfach nichts mehr ich auch nicht letzte fünf hunden noch ein bisschen nicht so schnell wie ich gedacht hätte wir werden auch sehr viele einspieler mini spiele wer wird der große super hält ich glaube dass mario gewinnen wird geil warum jetzt haben halt alle fälle doppelten wert aus die 20 müssen bonus bei ihm wenn man bei ihm vorbeikommt und let's go einer zu wem land beim ding und ganz so hoch ich will das nicht spielen glaubt euch den klemmt nach warum muss ich schon wieder sein ich habe euch nichts getan ich habe eine strategie ausgefunden viel mehr aus holen können grausam sie haben wir 15 mützen gestohlen weißt du wie ich mich fühle für war ein wichtiges erlebnis das kann nicht wahr sein so macht wirklich ein ob das wolltest du würfel ne ja in der nächsten runde kriegst du einen stern ich krieg keinen stern wieso nicht weil browser oben ist das sagt ja auch noch cool da habe ich jetzt nicht gewusst schon wieder es läuft nicht gut leute ach nee ich muss einen controller da geht 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 recht längst immer nach rechts fahren je nach deinen links mein dein recht ich bin hier wieder oder auch ich bin hier das ist anstrengt ok nur hier bei einem stern ab der falsche stelle natürlich oh ja halt die fresse bau da geht mit mir das war die kräfte genau das ist der kräfte aber gar nicht geriebt so ein ganz mit einem wenn ich sowieso nicht mehr schaffen den vier runden 23 ja das begleiten stern holen um mich auf weiter die sind so schief wie die türme von pisa und wenn es gibt doch nur einen turm ob es doch noch mehrere gibt und wie die sich anstellen ich bin so eine verspende hat jetzt nur eine münze bekommen 22 ja zwei oder kommt noch zehn dazu also okay und schon sagen jetzt irgendwie nicht so gebracht keine habe schon eine vier dass du das möchtest du doch du möchtest du auch der kuppel browser besuchen auch großes taussehen wieder am button nicht nicht button möchten drehen also ja der gruselig aus ja die kt hört sich das kostüm aus durch den affen oh gott oh gott es ist auf einmal super stark ist klar ja klar was so muss man in der bestimmten richtung gering vielleicht also ich drehe mein ohrzeigersinn okay gegen den ohrzeigersinn drehen da wird schon keinen unterschied gemacht haben gespräch noch ein stern stehlen ja also ich habe mir letzten zweiten ja schön schön spiel wachs im moment nicht ja es ist ein eindrücken müssen schon wieder vergessen mich frühere erinnern man ja es ist so leid beim nächsten mal also da ist er ja wieder möchte sterne kaufen und er wird mir jetzt ein stern klauen ja ich habe nur ein ab jetzt wenn ihr bei mir jetzt ein stern cloud ein familie ist instabil die es wirkt sich möglicherweise auf den ton aus jetzt gibt den stern direkt ab wir haben hier viele lustige spiele kommen was spielen wir denn wenn sie sich schon wieder ein bisschen verbaut ist nicht so ganz lustig war ganz lustig war noch dies war so gut weil sie ja sowas für nicht jetzt ist es ist ein stern ich glaube ich bin kriegst du ich glaube ich bin krieg ich nach ganz rechts wie macht er das nur jetzt kann es wieder seinen münzen zurück und er noch plus gemacht dabei oh boy oh boy ja jetzt aber wer hat mich da rc münzen dann nehme ich hier nehme ich ihnen die einfach weg nämlich einfach weg war ich wohl diese welche richtung das jahr ist gerade geht mein gott der foto durfte es noch mal befinden das ist so ein durcheinander bewege dich in geschwind zur plattform mit der farbe von tors flagge bist du zu langsam versinkt versinkt die plattform wie sagt er auch so gespannt auf dieses das kann passieren wenn man zu wild ist und fliege ich mir als einziger da gibt es da nicht man bin oder saboteur gewesen ich habe meinen unglaublichen kopf benutzt und donkey kong aus dem spiel zu katapultieren wahrscheinlich am bario man war ja noch so viele münzen clown jetzt kommt dann auch noch um gottes willen wird der schmerz denn niemals ändern enden ich bin dann in den enden großes münz prügeln ich glaube ich den fett sagt ja es ist schon fett er hat mir jetzt viel 58 glaube ich warum und ehre ich will auch wir kriegen gar keine grausam sie haben der 25 münzen gestohlen so ein miss bario ist deutscher jetzt mal eben einmal den turm ändern ja bis dann sowieso niemand hier spiel ja okay jetzt weiß ich wie das geht ja ich weiß es du weißt es ja er war zu langsam aber ist egal da gucken wir auf das was im tat mal ausgezeichnet gewählte runden sein ist worüber kommt wird zu den ergebnissen wer wird wohl der große super alt sein wir somit den meisten stellen ist ist der gewinner lasst uns schauen wie viele sterne jeder hat wenn es nicht mittels der sterne entschieden werden kann muss die entscheidung anhand der münzen fallen lassen schauen wie viele münzen die einzelne hat bevor ich den super verhellen nenne werde ich die gewählte einzelner auszeichnungen mit einem bonus belohnen kann ich mal noch von der spielstern der spielstern geht an bario der wünschte herr geht an mich dann gehen an stern ok wer bekommt jetzt den letzten stern mario und donkey kong hat gern verloren ich glaube auch was zum werte jetzt gewonnen tatsache wie könnte das passieren was mag nun auf diesem feld passiert da alle stelle gefunden wurden wir waren die ganze arbeit da wieso bin ich mal als einziger ich hatte ich war erst da vorhin noch ja ich werde so behandelt das gibt es jetzt einfach nicht ich war auf dem bild hier irgendwelche größeren mächte am werk ja das ist doch wirklich genau große mächte am werk ich war vorhin auf dem ersten platz ist mir auf einmal auf den letzten wie geht das ich habe ganz knapp den bestellen bekommen aber trotzdem konnte war so viele münzen bekommen verstehe es nicht ich glaube nicht mehr auf dem hier die pilzlinger ja so jetzt kommen jetzt mal die münzen in deine bank und die sterne zwei stück mit sachen kaufen aber genau jetzt bekommen wir eine neue neuen titelbildschirm ja das war es für diesen part ab wir haben das erste britt hinter uns es folgen noch viele weitere 46 minuten gedauert dieser part ja jetzt hier sind wir dann geht es beim nächsten part weiter mit einem neuen brett also dann bis zum nächsten mal chau chau bye bye My